Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nino Okuni 2. Wir sind immer noch in Katzbuckel und wissen immer noch nie was da Roland vor hat. Scheinbar hat er einen Pierre erschossen, den einen Luftpiraten. Wobei ich aber glaube, dass er den nicht erschossen hat, weil er ja, weil man ja in der ersten Sequenz ja gesehen hat, dass er so eine Kugel bekommt. Ich glaube ja, dass diese Kugel... Was wollte ich jetzt erzählen? Und die glaube ich, die hat dann bloß betäubt. Hat er halt ausgeschrieben, wenn ich ihn erschossen hätte. Was ist das für einer? Alter, was bist denn du? Ey, was hast du für nichts zu suchen, hä? Ganz verstanden, dass hier noch ein paar alte Kameraden von dir verrotten, aber ohne Erlaubnis kommst du dir vorbei. Nimm sie persönlich, hä? So, was ist jetzt hier? Wer zur Hölle bist du? Oh, wenn das nicht Roland ist. Du sollst ja ziemlich aktiv sein, für das du noch gar nicht lange hier bist. Was führt dich zu mir? Hm, das sollte ich dir mitteilen. Eine Änderung der Sitzungszeit, also? Gut zu wissen. Hm. Und da ist noch etwas. Eine dringende Änderung, was die heutige Wachposition im Schlauch betrifft. Alle Wachen des West- und Ostflügels sollen heute Nacht zu den Außenposten stoßen. Hm? Oh, die Überwachung des Außenbereichs sind nur nachts so stark Schrägwerken? Keine Ahnung warum, aber es wird schon noch eine Gründe haben. Ah. Bitte informier die eingeteilten Wachen darüber. Hi. Selbstreden, auf mich kannst du dich verlassen. Uuuuh. Er macht also doch kein Verränerscheiße. Er hat sich bloß einschmuggeln lassen. Und er weiß einfach, man konnte ja nicht einfach zu Katzbuckel gehen und, hey wir wollen eine Partnerschaft, fertig. Wobei ich nicht weiß, was der Hamna hier vorhat. Ich mein, wie wird da jemanden böse machen, der wohl schon böse ist? Alter, sag doch endlich mal was du vorhast. Jungs. Sehr gut. Niemand hier. Und es bringt mir was genau. Irgendwie zu einfach, wenn ich es mir so recht überlege. Komm mal hinaus, alles klar, okay. Wir können hinaus schauen. So sind solche scheiß Fenster. Hier hat damals alles angefangen. Hm. Ach, im König sei Turmzimmer, äh, im Ivans sei Turmzimmer. Ah, verdammt. Oh, es ist verschlossen, wie ich erwartet hatte. Dann ist wohl Zeit für meinen kleinen Kameraden hier. Knarre. Hä? Was zur Hölle bist denn du? Was zur Hölle ist das? WTF? Warte mal, haben wir den jetzt im Zimmer zurückgelassen? Das ist komisch. Das Dietrich-Würmchen öffnet dir die Tür und kriegt nur mit einem zufriedenen Lächeln davon. Ein Dietrich-Würmchen. Ein kleiner Helfer, der die Form einen Schlüssel annehmen kann. Was es hier nicht alles gibt. Dann sehen wir uns hier mal um. Wo kann er der Königin hier sicher sein? Ach so, der hat's gar nicht dabei. Das Schiff ist bald fertig. Eine neue Reise, ein neues Abenteuer. Bin gespannt, was uns erwartet. Ach. Ja, als nächstes steht uns das Abkommen mit Quastenfloss an. Aber wir sollten auch darüber hinaus unsere Schritte bereits planen. Besonders was unsere spezielle Freundin Katzburgl betrifft. Es wird immer noch streng bewacht. An den Grenzen sind überall Wachen auf Patrouille. Stimmt. Wobei wir über den Königsweg vielleicht unbemerkt in die Stadt eindringen können. Königsweg? Davon höre ich zum ersten Mal. Damit wäre doch unser Problem gelöst, oder nicht? Nicht ganz. Um diesen Schleichweg zu benutzen, brauchen wir das königliche Siegel. Ein Siegel? Ja, es ist ein Anhänger, der sich seit Generationen in der Königsfamilie befindet. Und er einem Zugang zu allen wichtigen Einrichtungen verschafft. Ein zweitbedeutender Gegenstand für Katzburgl möchte Radaleon bestimmt auch in die Pfoten kriegen. Nach Vaters Tod habe ich es geerbt, aber... Du hast es nicht hier. Oi. Und wo ist dieses Siegel-Dings? In einem Geheimraum in meinem Zimmer in Katzburgl. Im Notfall hätte ich jetzt dort Schutz suchen und falls nötig mit dem Siegel fliehen sollen. Oh. Also hast du es dort vergessen. Ja. Das lag wohl daran, dass ich plötzlich aufgetaucht bin. Die ganze Situation damals war ziemlich chaotisch. Vor dem Geheimraum sind nur Mitglieder der Königsfamilie und es ist unwahrscheinlich, dass Radaleon ihn entdeckt. Man kann ihn nur öffnen, wenn man einen kleinen Schalter an einer Statue in der Ecke des Zinners betätigt. Aber das zu wissen hilft uns nicht weiter, denn ohne das Siegel kommen wir ja erst gar nicht nach Katzburgl, geschweige denn ins Schloss. Hm. Stimmt auch wieder. Ah, da hat er dann den Plan gefasst, dass er sich einschmuggeln muss. Ein Schalter an der Statue in der Ecke, meinte Ivan. Das königliche Siegel. Juss. Da ist er. Der Schalter zum Geheimraum. Im Geheimraum, das ganze Scheißbett bewegt sich. Und wieder so ein filmreicher Mechanismus. Wenn es um geheime Türen geht, lassen Sie sich hier nicht lumpen. Das ist zur Hölle, Alter. Hm. Ja, vor allem so ein großes, so ein großes Versteck, Alter, in dem scheiß Schloss, Mann. Hä? Ah, jetzt halt. Jetzt stehen die anderen hinter mir. Das muss Ivans Ausrüstung für Notfälle sein. Es kann echt schaden, sie mitzunehmen. Ein Breitschwert. Und außerdem, wo ist das königliche Siegel? Natürlich hat es kleine Katzenohren. Das muss das königliche Siegel sein. Allerdings sollte es laut Raleon Rot sein. Hinter dir. Ah, natürlich. Das war ein Trick, um mich zu entlarven. Er hat mir wohl von Anfang an nicht vertraut. Oder er hat mich benutzt an diesem Ort. Hey du, was treibst du da? Äh, habt ihr nur was vergessen? Aber ich hätte mir doch gedacht, du warst nur hinter dem Königlichen Sieg. Oh, der redet dir das selber. Ja, ja, ja. Ich glaube, es war ein Kakschbeer, oder? Aber es ist so, Roland. Ich dachte, es war ein wenig, aber... Ich glaube, es war ein wenig, aber... Hm. Das ist eine große Herausforderung für den Krieg. Ich glaube, es ist ein schlechtes Wettbewerb. Ich glaube, es war ein wenig, aber... Ich glaube, es ist keine Ahnung. Ich glaube, es war ein wenig, oder? Das ist ein Problem. Aber wenn man sich die Zeit verändert, dann gehen Sie mal. Ich werde die Anwälte auf den Anwältern und werde ich mit dem Anwältern beantworte. Ich habe das ganze Zeit, dass ich den Anwältern nicht so lange benutze. Nehmen Sie nichts, aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so richtig gemacht habe. Ich habe dafür entschieden, dass ich noch nicht ein Problem wähle. Ich habe nicht mehr zu nehmen, wenn ich mich nicht verletzen kann. Das ist die beste Frage. Ich habe mir ein Problem, es sei nicht in der Zeit, ob ich die Frau gebeten habe. Wir haben lange Zeit, die Frau von Gnowsik zu haben, Ja, du wirst nie gewinnen. Mach dich Splatt, Jungen. Ja, kein Problem. Ich bin nur mit dem Geist. Mit dem Geist zu gehen, ich versuche den Weg zu ihm. Ähm... Das stimmt. Alles in die Karte! Ich bin nicht so, wie so? Ich bin nicht so, dass alles in die Karte kommt. Hahahaha! Ha ha ha. Egal. Alter, hat er sich eine Sonnenreko gemacht. Was wünscht ihr Schlag in der Sack, ey? Ich sollte mich wohl nichts aus dem Staub machen, aber vorher gibt es noch etwas zu erledigen. Ja klar, ignorier die Wunde in deinem Arm. LP, alter Freunde, da ist nur einer. Und speichern. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wissen wir ja, dass er kein Verräter ist. Hätte mich jetzt auch gewundert, eigentlich. Au. Na gut, ich kann ja auch. Achso, ja. Und zack. Alter. Au, der lebt da noch. Gewohnen. Nein! Gerade die Heilung löst sich aus, super. So ein Scheiß. Jetzt kommt dann eh wieder der schwarze Ritter. Warte, 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 warte. Ich hab doch da was geiles bekommen. Rächer. Breitschwert. Oh, boah, alter. Warte, warte, warte. Rächer da hören. Uhuhu. 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 Hopp, Flammenfuzzis. Boah, was zur Hölle. Alter, das Schwert haut er voll rein, ey. Leck mich, Fett. Jetzt haben sie aber schon extra mit Nein, damit man so leicht mit denen kämpfen kann. Zuerst muss der Magier weg. Warum hat er denn den Scheiß letzten Schlag noch? So. Ja, dahinter muss ich ja nicht. Achso, ich muss ja erst den Pierre holen. Ja, die lassen die Leiche einfach da drin liegen. Häh? Ein kleiner Mini-Remy. Also noch kleiner wie eh schon. Warte. NANDA, NANDA, NANDA! OI! Du Mörder! Hey, immer mit der Ruhe. Für einen Morgen geht es dir doch auch staunlich gut, oder? No. Äh, stimmt auch wieder. Ich habe dich lediglich mit einem Lazarus-Kugel getroffen. Sie hat dich in einem todesendlichen Zustand versetzt. Entschuldigung, ich habe die Katze schnell rauskaut. Was? Warum hast du... Nee, ja, ist klar, dass die jetzt wieder kommen. Ui. Für Erklärungen haben wir später noch genug Zeit. Jetzt nehmen wir erst mal das hier. Gibt Pierre einen Froschermin? Hä? Hä? Jetzt ist er ein Frosch, oder was? Quark? Yes. Keine Panik. In 10 Minuten verwandelst du dich zurück. Jetzt ich. Mein erstes und hoffentlich letztes Mal als Frosch. Hä? Hier ist er auch nicht. Tee. Roland, dieser Halunke. Ah, er ist ein blauer Frosch. Was zur Hölle? Ach, der hat sich vor dem alles besorgen lassen und dann... Ausgeklügelt, ausgeklügelt. Ne? Ne? Meinst du nicht, dass es langsam Zeit wird, dass du ihm uns die Wahrheit sagst? Ihr habt das also gemerkt? Ja, hätte Roland wirklich vorgehabt uns zu verraten, hätte er sich doch um einiges geschickter angestellt. Er hat sich viel zu leichtfertig verhalten. Wohl wahr. Es war recht leicht zu durchschauen, was? Moment mal, was soll das heißen? Eine Täuschung ist auch nur gut, wenn sie selbst einen Freund überzeugt. Rolands Verrat war nur gespielt, nichts davon entspricht der Wahrheit. Was? Das weiß ich doch heil eines Platzes. So ist es. Nach unserer Rücksprache aus Mechtbaum habe ich überall im Schloss Kontrollaugen bemerkt. Damit kann man auf magische Weise einen bestimmten Ort aus der Ferne beobachten. Königin Raiders Augenzauber funktioniert ähnlich, deswegen sind sie mir sofort aufgefallen. Ich habe Rolands Informationen, bei unseren Nachforschungen konnten wir einen Spion aus Katzburg ausfindig machen. Es war Rolands Idee, die Kontrollaugen nicht zu zerstören und sie stattdessen zu unserem Vorteil zu nutzen. Damit der Spion davon erfährt, haben wir ein Blickfeld der Augen vorgegeben, dass Roland seine Freunde verrät. Es war auch Teil des Plans, dass einer von uns ihn dabei erdeckt. Unsere Treffnung merkt mich zufällig auf der Rudi der Nachtwache. Ach Gott, dann war das ganze Cecilius der Sack. Und der Rest ist euch bereits bekannt. Es kam zur Eskalation und Roland wurde des Landes verwiesen. Wir haben gehofft, dass der Spion über die Kontrollaugen alles mitbekommt und ihm folgt. Geil. Übrigens, Zoran, der verdächtige Kerl in der Robe, den du gesehen hast, war ich selbst. Deine Überreaktion darauf war, erhofft du noch ein überaus wichtiger Teil unseres Plans. Wie bitte? Ihr habt mich betrogen und ausgenutzt. Hey, so ist es. Wer sich noch freut darüber. Aber tief in deinem Herzen hast du doch stets an Rolands Realität geglaubt. Habe ich nicht recht? Mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß, dass du deine Crew mit der Suche nach ihm beauftragt hast. Ähm. Hey, Shanti, was schaust du so? Nee. Also befindet sich Roland gerade in einer Geheimmission in Katzburg jetzt? Aber was will er dort allein erreichen? Juss. Lass es mich dir erklären. Ah. Roland. Geil. Ach, war das jetzt cool. Aber dass das Cecilius mit drinsteckt, dachte ich nicht. Ach. Ihr hattet reichlich Ärger, meinetwegen, was? Mhm. Ich habe mir Sorgen gemacht, aber ich bin heilfroh, dass du wieder zurück bist. Ui. Das war eine gefährliche Mission, Mann. Cecilius hat uns alles erzählt. Du bist ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mitmachen durfte. Ja. Ich musste mich für dieses Täusch und muss nur über euch entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Ha. Das war ein großes Schauspiel. Wir sind dir echt auf den Leim gegangen. Aber echt, das verzeih ich dir nie. Aber trotzdem war nicht geglaubt und auf dich gewartet. Ah, no. Waren die Hilfsmittel für die Infiltrierung von Nutzen? Ah. Sehr sogar. Ich konnte viele wertvolle Informationen sammeln. Die Einblicke in das Leben eines Froschs waren besonders beeindruckend. Iban, das hier war das Ziel dieser Mission. Ich möchte, dass du dann das an dich nimmst. Das königliche Siegel. Huh? Das königliche Siegel. Na, wie können wir den Königsweg benutzen und uns problemlos nach Katzbuckel einschleichen, oder? Wie erwartet, war Rathaleon auch hinter dem Siegel hin. Es ist sehr gut möglich, dass es ein wichtiges Werkzeug bei unserer Verhandlung mit Katzbuckel sein wird. Danke, Roland. Jetzt können wir endlich nach Katzbuckel. Zurück in meine Heimat. Zum ersten Mal, seit Rathaleon sie an sich gerissen hat. Da bin ich gespannt, wie das rausläuft. Wahrscheinlich bescheißt dann der Kanzler in Nataleon. Ja. Das hat sich nun darauf gepreut. Ich muss mich nicht überraschend sein. Ich habe mir einen Angst vor, was ich nicht überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Manche Leute zu mir von mir und zu kratzen, ist das sehr gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr genauer. Ich glaube, der Kanzler ist hauptsächlich an der ganzen Scheiße schuld. Trophäe erhalten als königliches Siegel. Siegel, lalalalalala. Entschuldigung. Ich habe mich gehen lassen. Nein, nicht nur mal speichern. Ähm, ja, ja. Ich beende jetzt hier die Folge. Und wir schauen dann in der nächsten Folge, wie es mit dem nächsten Kapitel weitergeht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus. Ich bedanke mich bei euch Called